jo leute wie geht es euch mein name stark ist heute mit einem neuen fifa 22 video und zwar geht es heute wie jedes jahr kündige ich heute für euch den fifa 22 star quest cup an ich mache jedes jahr ein turnier das ist irgendwie tradition auf diesem kanal ich weiß nicht wieso aber ich habe übelst bock immer das zu organisieren mit euch gemeinsam und die auf jeden fall erst mal fettes dankeschön für die ganzen support auf den letzten videos und so weiter und so fort ich habe in letzter zeit nicht so viel fifa gespielt deswegen kam auch noch kam auch nicht so viel videos ich hatte privat zu tun etc ja aber ich habe ich denke dass ich im jahr 22 bisschen mehr videos machen werde ja ich hatte einfach wenig zeit fifa zu spielen beziehungsweise fifa war jetzt nicht der fokus in den letzten der letzten zeit in meinem leben aber ich dachte mir trotzdem wie jedes jahr zu dieser zeit dezember januar habe ich ja immer dieses fifa den fifa cup gemacht oder den das turnier das ich organisiere und ja auf jeden fall würde ich das dieses jahr wieder machen auf jeden fall mit diesem video kündige ich das an und unter diesem video könnt ihr euch dann dementsprechend anmelden ihr seht schon im hintergrund es wird wieder ein ko system sein mit minimum 16 bis zu ja je nachdem wie viele spiele sich über die spieler sich anmelden bis zu ja 32 64 je nachdem wie viel sich anmelden werden ich kann ja nicht vorausschauen wie viele von euch bock haben mitzumachen es wird wie jedes jahr sein dass wir preise von platz 1 bis 3 preise vergeben vielleicht werde ich auch noch platz 4 und 5 mit reinnehmen und was die preise sein werden werden natürlich wieder fifa coins sein das ganze gesponsort von what's gaming auf jeden fall fettes dankeschön da noch mal an what's gaming wie viel coins das sein werden werde ich dann in der in der gruppe bekannt geben in der starquist cup gruppe oder in der turniergruppe die ich euch dann mit der ich euch dann quasi einfügen werde auf jeden fall teilnahme ganz einfach wie ihr teilnehmen könnt ist ihr müsst einfach nur unter diesem video kommentieren mit eurem psn namen also mit eurem playstation namen das ganze wird auf playstation stattfinden und zwar auf der playstation 4 weil playstation 4 ist die konsole auf der ich leider noch spiele also nicht ps5 bei ps5 gibt es ja kein crossplay leider mit der ps4 und ja auf jeden fall auf der auf der ps4 wird das ganze stattfinden psn namen mit dem psn namen kommentieren und dann auf jeden fall auch mit kommentieren damit ihr das info video zum turnier start nicht verpasst und auch noch ja teilnahme schluss bis zum 7 januar also ihr habt jetzt noch zeit knapp ja vielleicht ein bisschen weniger als zwei wochen habt ihr noch zeit quasi freunde reinzuholen anzumelden etc etc und dann wird das turnier mitte januar starten und ja auf jeden fall war es das mit diesem kurzen info video ich hoffe ihr habt bock auf das turnier gebt ihr mir einen daumen nach oben teilt und schert dieses video überall rum wer bock hat auf ein fifa turnier hier für 22 fifa 22 auf jeden fall haut rein eurer star quest bis dann